Die Kaltschaummatratze gehört zu den beliebtesten Matratzenarten in Deutschland. Das ist ein starkes Zeichen für die Langlebigkeit und den Komfort, den du dir von dieser Matratze versprechen kannst. Die Eigenschaften des Kaltschaums machen diese Matratze passend für viele Schlaftüben. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Kaltschaummatratze-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Ich bin von der Sweet Night Matratze absolut begeistert. Die 120x200 Kaltschaummatratze bietet mit 5 verschiedenen Liegezonen eine hervorragende Körperunterstützung und Entlastung. Besonders gut gefällt mir, dass sie durch den Erschnitt atmungsaktiv ist und dadurch für einen angenehmen Liege- und Schlafkomfort sorgt. Ein weiteres Highlight ist die 2-in-1-Funktion mit 2 verschiedenen Härtegraden, H3 mittelfest und H4 fest, in einer Matratze. Die weiche Seite besteht aus Gel-Memory-Schaum und die feste Seite aus Komfort-Kaltschaum. Der Doppeltuchbezug ist strapazierfähig und langlebig, ideal für Familien mit Kindern. Auch die praktische Rollmatratze hat mich überzeugt, da sie einfach zu transportieren und auszupacken ist. Alles in allem eine tolle Matratze, die ich jedem weiterempfehlen würde. Auf Nummer 4 Die BMM Matratze Komfort 19 ist eine hervorragende Wahl für alle, die auf der Suche nach einer orthopädischen Matratze sind. Die 7-Zonen-Kaltschaummatratze ist ideal für Rücken-, Seiten- und Bauchschläfer geeignet und unterstützt den Rücken in jeder Liegeposition. Die speziell entwickelte Schulter-Plus-Zone entlastet die Schultern und sorgt für eine angenehme Nachtruhe. Der Härtegrad H4 ist besonders fest und eignet sich für Personen mit einem Gewicht von bis zu 150 Kilogramm oder für alle, die fester schlafen möchten. Der Bezug der Matratze ist atmungsaktiv und waschbar bis 60 Grad Celsius. Die Matratze wird inklusive Silvercare-Bezug mit intelligenten Silberfäden geliefert. Sie können die Schaumstoffmatratze völlig risikofrei testen und innerhalb von 30 Tagen zurückschicken. Alles in allem eine tolle Matratze, die in Deutschland produziert und Ökotex 100 zertifiziert ist. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3 Ich bin sehr zufrieden mit der Sleepling 7-Zonen-Kaltschaummatratze Body Protect 500. Der Bezug ist sehr angenehm und weich, dank der hochwertig versteppten Klimafaser. Der Kern besteht aus 7 Zonen-Kaltschaum, der sich perfekt an meine Körperkontur anpasst und für einen erholsamen Schlaf sorgt. Besonders beeindruckt bin ich von der Möglichkeit, die Matratze zu wenden und zwischen den beiden Härtegraden 2 und 3 zu wählen, je nachdem, ob man es lieber etwas weicher oder fester mag. Die Schulterkomfortzone sorgt für eine optimale Liegeposition in Seitenlage, was besonders für Seitenschläfer wie mich wichtig ist. Auch die Tatsache, dass der Bezug abnehmbar und waschbar ist, macht die Matratze sehr pflegeleicht. Es ist auch großartig zu wissen, dass die Matratze nach Ökotex 100 Standard getestet und zertifiziert ist und in der EU hergestellt wird, was für kurze Lieferwege und Nachhaltigkeit sorgt. Insgesamt eine großartige Matratze für jeden Schlaftyp und ich kann sie jedem empfehlen. Bei Nummer 2 Die Snooze Project Smart Matratze ist einfach eine großartige Wahl für jeden, der nach einer komfortablen und nachhaltigen Matratze sucht. Ich habe diese Matratze jetzt seit ein paar Wochen und bin absolut begeistert. Der Schaum ist sehr formstabil und atmungsaktiv und der 7-Zonen-Konturschnitt gibt meinem Rücken die notwendige Unterstützung. Der Bezug lässt sich einfach abnehmen und bei bis zu 60 Grad Celsius waschen, was sehr praktisch ist. Besonders beeindruckend ist die Möglichkeit, die Matratze 100 Nächte lang zu testen, bevor man sich endgültig entscheidet. Das gibt einem wirklich die Möglichkeit, sicherzustellen, dass man die richtige Wahl getroffen hat. Der Kundenservice ist auch hervorragend, man kann sie per Telefon oder E-Mail kontaktieren und sie sind sehr hilfreich. Es ist großartig zu wissen, dass das Unternehmen sich auch für Nachhaltigkeit einsetzt, indem es alle Materialien Ökotex zertifiziert und den CO2-Fußabdruck kompensiert. Insgesamt eine großartige Matratze und ich kann sie jedem empfehlen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Die Ahrensberger Relax Gel Matratze ist ein fantastisches Produkt, das den Schlafkomfort auf ein neues Level hebt. Mit ihren drei Schichten, darunter Kaltschaum, Visco Smart Chaum und Gelschaum, ist sie perfekt für Menschen, die eine ergonomische, punktelastische und druckentlastende Matratze suchen. Die sieben Zonen sorgen für eine optimale Anpassung an Schultern, Lenden, Becken und Wirbelsäule, was zu einem gesunden und erholsamen Schlaf führt. Die Matratze ist wendbar und kann zwischen den Härtegraden H2 und H3 umgedreht werden, um verschiedenen Schlaftypen gerecht zu werden. Der antiallergische und antimilben Bezug ist abnehmbar und waschbar bis zu 60 Grad, was besonders für Allergiker geeignet ist. Zusätzlich kann die Matratze durch die 3D-Prägung und den Klimastoff seitlich entlüften, was perfekte Schlafbedingungen in allen Jahreszeiten ermöglicht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen. 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 Danke fürs Zuschauen.